Guten Tag, ich fange an mit zu sagen, dass mein Deutsch nicht so gut ist, aber natürlich unsere deutschen Gäste werde ich das absolut versuchen. Ich hoffe, dass ich auch einen sehr schönen Silvesterabend gehabt habe gestern, weil es ist heute der 1. Januar 2016 und wir sollen in die Zukunft gucken und das machen wir auch natürlich gerne im Rheinland-Blue-Päller-Hotel. Vielleicht ist es für Sie interessant zu wissen, natürlich auch diese Saison April und Mai, natürlich wieder die Blumensaison, sehr schön um dann hier in das Hotel zu wohnen und auch natürlich eine sehr gute Möglichkeit um im Sommer ihre Sommerferien mit uns zu machen. Wir haben ein sehr schönes Zimmer, sehr schönes Hotel, absolut super um hier zu sein. Ich hoffe, dass ich Sie entgegnen soll im Jahr 2016. Ich wünsche Ihnen ein sehr gutes Jahr und vielleicht bis bald. Danke.